Sieben Jahre nach Aus, Sachbraf macht Pläne für Skrups-Film Vor sieben Jahren mussten die Fans der Kulz-Serie Skrups in einem emotionalen Serienfinale-Abschied vom Sakrit-Heart-Krankenhaus und den liebevollen Mitarbeitern J.D., Turk und Aljut nehmen. Danach wurde es still um die beliebte Krankenhaus-Serie, die mit der richtigen Mischung aus Humor und Herz zu einem Hit wurde. Doch jetzt könnte es zu einer Skrups-Reunion kommen, Hauptdarsteller Sachbraf, 42, macht sich für einen Film stark. Im Interview in der Imp-Show verriet der Schauspieler, dass er sich bereits mit den Produzenten der Serie, zusammengesetzt habe, um mit ihm über eine Film-Adaption zu sprechen. Ich habe ihm den gesamten Pitch beim Abendessen vorgestellt und er hat viel gelacht und gesagt, mal sehen, mal sehen. Wirklich vielversprechend klingt es zwar nicht, aber zumindest ist Feuer und Flamme für das Projekt. Ich denke, dass es lustig wäre, einen zweistündigen Film zu machen. Ich würde das sowas von machen, bekräftigte der J.D. Darsteller sein Engagement. Bereits als andere beliebte TV-Serien wie Gilmore Girls oder Full-House-Einkomme backfeierten, forderte der 42-Jährige eine Neuauflage von. Besonders in Zeiten von Netflix und Co. Würden schließlich viele alte Formate ihren zweiten Frühling erleben. Warum dann nicht auch die Art Zuri? Was meint ihr, kommt als Film zurück? Stimmt in der Umfrage ab. So fossil. So, wie soll es? So, so wissen wir. So, wie soll es? So, so machen wir. So suced Gesellschaft ist unterlag. So machen wir. Untertitelung des ZDF, 2020